Die abgefahrensten Typen dieser Nacht aber sind sicherlich Rockhead aus Kassel. Wie wird man so cool? Was muss man machen? Einfach Musik machen. Und dann sieht man automatisch so aus. Dann, ja, schlimmer geht's ja nicht mehr. Nur eine kann da noch einen draufsetzen, die Taube Taube, die das ganze Konzert auf dem Scheinwerfer verbracht hat.